Herzlich Willkommen zu einem folgenden Video hier auf meinem Kanal, FelixGamer. Ich freue mich schon wieder auf Fortnite, mit einer, die will gegen Mission 1 machen. Es geht bis 5 Punkte. Okay, es geht los. Was für 5 Punkte? Los geht's. Ich habe heute noch nicht gespielt, aber ich bin hauptsächlich so gut gegen die. Okay, boom. Nein, nein, nein. Okay. 1 zu 0 für sie. Okay. Ich muss noch 5 mal gewinnen, die 4 mal. Okay. Wer erzählt jetzt hier? Okay. Okay. Leute. Okay. Die ist low. Aber absolut low. Oh nein. Nein, nein, nein. Die kann mich holen. Wenn ich mich jetzt hol. Nein. 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 Ich bin heute noch nicht eingespielt. Die hat so 25 Runden. Oh nein. Es geht heute bis 5, ey. Warte. 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 Hallo. Es geht noch nicht los. Ähm. Ähm. 2 Punkte. Oder? Ne, war 3. Okay. Nochmal. Mach schnell. Okay. Los. Okay. Hallo. Hallo. Ja, du brauchst noch 3 Punkte. Ah ja. Ich brauch noch 3 Punkte. Okay. Die ist slow gleich. Die ist slow. Ab hier. Okay. Mir fehlen noch 4 Punkte. Hier ist so. Okay, erstmal das Dach verdeckt. So, jetzt. Okay, wir füllen, okay, 3, 2, er wurde noch, äh, wir beide müssen noch 3, äh, sie geholt. Ich wollte ganz voll auf sie schießen. Was? Ah, ja, ich kürzlich. Das machen sie mit dir. Ja, ja. Machst du kein Video? Ach so, wie viel hat ein Fußballvideo? Wie? Ich weiß nicht, wie viele Aufrufe das hat. Ich weiß, wie viele Aufrufe das hat und wie viele Likes habe ich, äh, kann nicht mehr in den Kopf, kann ich ja gleich mal gucken. Ah, ja. Oh mein Gott, ich muss nur noch... Ich brauchst nur noch 3, er winst du nicht. Ah, ja. Ah, ja. Das ist so, wie immer Roman ist. Da alle steckt. 2, 3. Äh, 3, 3. Ah, ne. Wir müssen noch 3. Beide 2 mal gewinnen. Nein, 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 nein. Nein! Oh mein Gott. Nein! Meine Ehre wurde grad genommen. Hä? Alles geht schon los? Ne. Ach so, noch nicht. Ne. Aber das wird ein krasses Video, gell? Ah, ja. Ey, sag jetzt mal, wie hast du wirklich Schupperkont? Ja, du, klar. Felix Gamer. Felix, du hast du Gamer. Was? Ich bin ehrlich, wirklich. Das ist grad ein Video. Das? Ach so, ich hab mein Handy mit. Warte, warte, bitte. Nee, nee, ich geh nicht. Ich geh... Ich geh nicht. Okay. Ich geh nicht. Okay. Okay. Ja, ich geh 3, 3. Ich geh nur noch... Und ich... Mir geh nur noch 2. Mir geh auch nur noch 2. Ah ja. Wer gewinnt? Ich. K.O.F. oder Felix Gamer. Felix Gamer. Ja, 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 ja. Felix Gamer. Und da fliegt der Moin. Weil ich hier... Weil ich hier der YouTuber bin. Und deswegen gewinn ich. Felix Gamer. Ja, was schreie ich mich? Ey, ich spray mal nicht so. Komm mal schauen. Warte, 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 warte. Bitte meine Metz. Hey, wie Metz? Du hast eine Hunde? Nicht Metz. Meine Metz waren fast umgestellt. Hallo. Ich wollte dich eh nicht, also. Weil ich dich slow gemacht hab. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Ich musste noch einmal gewinnen. Du zweimal. Ja, das schaff ich doch eh nichts. Ja, ja. Wenn du mit der Scar wieder auf mich sprachst. Ich weiß nicht, was eine Scar ist. Doch. Ich hab's dir gedacht, ich hätte eine. Keine Scar. Ja, guck, wie du aufsprachst. Das war doch ein Pump. Ach so, wir machen nur mit Pump und Sniper. Das ist schon. Ah ne. Nur mit Pump und Sniper. Oh mein Gott, ich hab nur noch 101 HP. Ich weiß nicht. Deswegen will ich dich ja auch kriegen. Warte. Nein. Nein. Mann. Ok und Leute. Das wars mit dem Video. Ich hau' nur euch gefallen, damit ich gewonnen hab'. Und ja. Ciao Leute. Bis zum nächsten Mal.